Der Junge Lycée von Asch ist noch lange die einzige Schule im Land, wo Filme gemacht sind. In ganz Partie Lycée bieten Ihre Schüler auch verschiedene Videosoptionen an. Für Sie, was Sie machen wollen, wird die Lycée Alli-Meurisch mit fünf anderen Schulen an der Cinematheik anbieten. Heute können alle Schulen hier im größten Bildschirm bewundern. Der 25. April waren Schüler aus dem Ölsch-Kanal an der Cinematheik anstatt, für sich mit fünf anderen Schulen zu treffen und für die anderen hier auch bestimmen, im Bereich Filmeentheil zu gucken. Ich bin Chloé, ich bin Nora, ich bin Lea und Lycée Alli-Meurisch. Ich habe die Filme, die wir gemacht haben. Ich werde mit vielen Freunden moderiert. Wir haben von unseren Profis gefreut zu gehen, weil wir das noch nie gemacht haben. Wir haben aber flott von Erfahrung zusammen gelernt. Ich finde es ganz flott, dass wir all die Filme von den verschiedenen Schulen gesehen haben und dass es so eine kleine Chance stattfindet. Ich finde die Stimmung allgemein ziemlich locker. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Die Leute haben auch positiv, mega mindestens reagiert. ? Ja. Ja. Ist es wirklich gut gefallen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, come on! Das war's. Das war's. Hey, guys. How's your weekend been? Yeah? So what have you guys been doing? Nothing much? What's up? What's going on in the world? Nope. Hey, do you guys want to hear a story? So, I don't think I've told you guys this one before. But once, when I was a kid, there was a garbage truck driver. And so he got out of the garbage truck to go grab a full 24 hours to get it out. They brought this huge flatbed truck. And they actually lifted it on because it had punctured one of its wheels. And it was really cool. Yeah. Okay, well, I'm going to go grab some food and see you guys later. Let's go. Hey, guys. Hi. How's it going? Still done? Hmm. Just immediately. Just immediately. My name is Xinran and I am from the International School of Luxembourg. It's very interesting. We saw many different, like very, very different films from these schools. And I think it's always fun to see what the others are doing. We have to take care of some people from here. We have to get another video. Bye. 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 Whine. Bye. Bye. Goodbye. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020